Ich habe zwei Fragen, ob Samira mitbekommen hat, hat es bestimmt mitbekommen, dass hier in Österreich in den letzten drei, vier Jahren eben auch zwei schlimme Fälle waren, wo auch Mädchen jahrelang, aber glaube ich 18 Jahre, in einem Verlies gefangen gehalten worden sind. Und die zweite Frage, ich stelle mir das gerade hier vor drei Tage, nachdem so ein Fall bekannt geworden ist. Ich glaube, also bei uns, ich würde es mal jetzt behaupten, würden alle Behörden und alle Psychologen, die davon sofort eingeschaltet worden sind, einen Dreh radikal verhindern, also es dürfte, ob das 1997 in Iran so war, ob sie sich das heute, ob da keine Behörden einschreiten, ob das heute noch so ist, oder ob das andere ist. Also bei uns würde ich mal behaupten, geht es nicht. Aber welche Behörden? Ja, also bei uns, also erst mal sind die Kinder, die sind hier verhaftet worden, also mit Verhafteten, also würde ich mal behaupten, darf man gar nicht drehen. Und die Kinder, die Mädchen, die sind sofort in psychologische Behandlung gekommen und auch die Psychologen. Ja, also bei uns, also bei uns, die Menschen, die sich die Behörden und die Behörden zu machen. Das war die Einwanderung. Das war die Einwanderung. Das war die Einwanderung. Der war die Einwanderung, die 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 Filme im Moment nicht mehr erinnahe. Und die zwei, drei Jahre später, war das, was ich, als ich, dass ich dieses Filme gemacht habe, und dass ich das Filme gemacht habe, dass ich das Filme gemacht habe. Die Probleme, die ich aus dem Film kann, ist, dass wir die Filme gemacht haben. Das war der Film, weil das System der Sensor-System war in diesem Zeitpunkt, dass du eine Szenarie mit dem Bildern hast, um die Möglichkeit zu bekommen. Und wenn ich das dann wieder mit dem Bildern konnte, dann hat diese Dinge auch noch nicht gemacht. Und dann hat es sehr schnell das Erschneid gemacht, dass man sich die Möglichkeit hat, dass man sich die Möglichkeit macht, dass man eine Möglichkeit macht, dass man eine Möglichkeit macht. Ich habe es sehr gut gemacht, dass sie sich dann weiterführend haben. Ich habe es nicht so gut gemacht, dass ich mich nicht so gut gemacht habe. Ich habe es nicht so gut gemacht, sondern so gut gemacht. Ich glaube, die Also die Natascha Kampus und die anderen sind in psychologische Obhut direkt genommen worden und doch sehr, sehr abgeschirmt worden. Ich glaube, an die kommt so gut wie niemand ran. Und das wäre jetzt auch mal eine Frage, ob Sie in so Anzahl, wenn solche Mädchen drei Tage jetzt zum ersten Mal das Licht der Welt entblicken, ob man dann nicht das Gefühl hat, oder ich hätte riesen Angst, was mit Ihnen jetzt passiert. Also dass ich mich psychologisch verkehrt verhalte. Also das ist ja eine Erfahrung, die ich auch in meinem Leben... Ja, man kann sich verkehrt zu verhalten. Was falsch ist, aber... Schäden damit. Dass die gleichen Arztinnen wieder mitspielen. Also dass da gleich ein Film gemacht wird. Nein, nein, was ist das nicht? Ja, ich habe einen Film gemacht, aber ich habe einen Film gemacht. Ich hatte gestern auch verstanden, dass auch das Jugendamt eigentlich die Verantwortung dann nicht übernommen hat für die Mädchen, weil sie gesagt haben, sie wären ja gar nicht wirklich behindert, sondern sie hätten eigentlich normale Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist doch so, oder? Warum wurden sie denn nicht eingesperrt? Nein, ich werde nur in Deutschland wahrscheinlich so bewerben. Wer sind wir? Ich dachte mir, wir gehen mal an die Kühe. Man war bedarren, aber ich wollte es nicht machen. Du warst nicht so, okay. Aber ich glaube, dass es ein Unterschied ist. Ich glaube, dass es ein Unterschied ist. Ich glaube, bei diesem Fall, in 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 diesem Fall. Und wenn Samira gefilmt hat, war keine sexuelle Gewalt gespielt. Ich finde, bei den zwei Fällen, das ist immer was ganz anderes. Und auch wie die Gesellschaft darauf reagiert, der Anfrage von einer seiner Tochter und Frau. Und was das für das Ziel dann auch in der Gesellschaft bedeutet. Sie haben ja auch in diesem Fall, 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 in diesem Fall. Ich finde es schwierig, die Fälle zu entscheiden. Ich habe das nicht in diesem Fall, ich habe es nicht in diesem Fall gemacht. Nur das habe ich mir gemacht. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es schwierig, die Fälle zu entscheiden. Ich habe einen Kaffner. Sie haben einenぁer Kaffner mit der Frau. Sie haben einen zu wissen, dass sie mit dem Kaffner etwas gut gemacht haben. Sie haben einen so cleft und auch einen Kaffner, die sich über die Frau mit der Frau bei diesem Kaffner macht. Sie haben einen Schraer. Der Vater ist ein Mensch, der dafür in diesem Schraer hat. Er hat ihn auch einen Begriff verknut. Er ist auch ein Schadar. Er ist das eine Schraer. Das ist ein Bild, der sich nicht. Also, es gibt ein Bild. Es ist ein Bild, die sich in den Bildern kann. Die Kinder ist nicht so gut, wie sie sehen. Die Eltern in den Film sehen sind und in der Realität die sie sich einfach an der Bildern aus dem Bildern. Sie sehen, dass sie die Geschichte in den Bildern und die Freunde gefeiert. Das ist die Frau der Eltern, die sich in den Bildern abieren. Sie sehen, dass sie das Bildern wie sie in den Bildern haben. Sie sehen, dass sie die Frau zum Bildern überwinden und sie sehen. Sie sehen, dass sie die Kinder ihren Bildern aus dem Bildern. Sie sehen, dass sie die Männer dabei anwesend. Ich kann mich nur selbst auswählen. Aber wir können in den Augen sehen, dass die Mäderen sehr klar ist, dass sie die Menschen wieder aufwählen können, und das auch die Möglichkeit ist, und die Hände, die sich mit einem Schweren zu stellen. Die Hände, die sich mit einem Schweren zu stellen. Aber die Hände, die sich mit einem Blumen abwählen, wie diese Hände, die sich aus dem Wasser aus dem Wasser verändern und die Hände, die sich aus dem Wasser auszuladen, und die sich zu leben und die Menschen zu leben. Wenn Sie sich mit einem Schweren zu tun, Es ist ein Mensch, ein Mensch, ein Mensch. Es ist ein Mensch, ein Mensch. Es ist ein Mensch, ein Mensch. Das Faszinierendste für mich ist, dass der Film tatsächlich Veränderung bewirken kann. Aber eben genau in dieser Art, dass der Film in der Geschichte die Veränderung bewirkt. Und ich weiß nicht, ob es da viele Beispiele gibt, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, dass genau den Schaum eigentlich, also das ist ein schwieriges Wort, ich weiß, aber den Reiz und diese künstlerische Aussage eigentlich hervorbringt. Das hat mich total verzieht. Die Poesie, die entsteht, und die Kraft der Wäder, das kenne ich also aus wenig Uwe. Und jetzt könnte man ja meinen, und das ist ja auch Thema heute, dass das vielleicht verletzend wirken könnte auf die Betroffenen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es das Auge des Filmemanns oder der Filmefrau ist, ob es verletzend wird. Und sie schaut mit Verständnis und mit Liebe und das kann nie verletzen. Und das finde ich das Faszinierende, dass dann diese Kraft, diese unglaubliche Kraft, die dann in diesen Bildern gibt. Und vielleicht darf ich noch sagen, was ich sehr wichtig fand, was die Kollegin hier sagte im Vergleich. Wir kommen in, ich will niemand dazu nahe treten, aber wir kommen in unserer europäischen Filmwelt wenig mehr an diese ungeheure Natürlichkeit und Bescheidenheit und dennoch große Aussage. Und das dürften wir nicht. So oder so oder so. Und das letzte war, wir dürften in keiner Weise auch nur etwas Ähnliches machen. Ob Vergewaltigung, also ob sie Missbrauch oder nicht. Es wäre nur möglich, dass der Film eben ein Spielfilm mit völlig fremden Schauspielern und auch ein bisschen verändert sein müsste. Sonst würde das nicht. Oder? Ganz bestimmt nicht. Deswegen finde ich das so wichtig, dass es sein würde. Meine ganz große Vorachtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weil sie einen Freund hatte und nach Pakistan zurückgeschickt werden sollte und dort eventuell getötet oder mit einem alten Mann verheiratet zu werden, weil sie die Familie Ehre verletzt hat in Deutschland. Sie wollten einen Film von Ihnen mitmachen. Sie wollten das natürlich. Ich habe Sie gefragt, wie Sie wollten das. Wir haben längere Zeit auch mit Ihnen zusammen hier ein Wohnung gelieft, das war ein sehr großartiges Netzwerken. Sie stand unter dem Schutz des deutschen Jugendamtes. Das Jugendamt hat keine Begriffe gegeben, weil sie noch minderjährig war nach Deutschland. Und wir haben sechs Wochen mit diesem Jugendamt gekauft und dann war der entsprechende Freund krank und eine Entretung kam. Und diese Vertretung hat uns eine drei Tage erneut. Und da hat sie ihr ganzes Leben zu meiner Kameraden gesehen. Also nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie wir als Filmemang in Deutschland mit Menschenrechten oder mit solchen Themen hier diskutiert werden. Also hoch achtet, aber auch viel Neid, dass wir in Deutschland solche Filme nicht machen können. Ich frage mich, dass wir alle Fragen haben. Ich frage mich, dass wir alle Fragen haben. Ich glaube, dass wir alle Fragen haben. Ich glaube, dass wir uns immer noch nie mehr sagen. Ja, ich fand, jetzt kam das Thema schon auf die Verantwortung für die Protagonisten und Protagonistinnen. und das haben wir auch immer mal wieder in unseren Gesprächen mit Filmemachern auf unserem Filmfest besprochen. Ich sehe da drei Arten von Verantwortung, die man nun für seine Protagonisten oder Schauspieler haben kann. Also zum einen mal in dem Moment, wo man dreht, dass man auf die Gefühle von ihnen Rücksicht nimmt, besonders natürlich, wenn es auch noch die eigene Geschichte ist, die da dargestellt wird. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel, ist es in ihrem Fall besonders, die Gefahr, die Filmemachern bedeuten kann für die Protagonisten. Also es war sowohl bei etwa in der Afternoon schwierig überhaupt, Schauspielerinnen oder Leintauspieler zu finden, weil die Angst so groß war nach dem Taliban oder dass eben noch der Druck der Taliban existierte und es gefährlich sein konnte für die Schauspieler zu drehen. Oder auch jetzt, dass es ja einen Rundenattentat gab gegen die letzten Dreharbeiten. Das ist auch noch meine Verantwortung. Und es gibt ja noch eine dritte Verantwortung, und zwar wenn ich den Film beendet habe, lasse ich dann einfach die Protagonisten, überlasse ich die sich selbst oder bleibe ich denen irgendwie verbunden? Bei uns hat ja auch mal die Ägionigkeit gesagt, sie hätte Jahre und Jahre Filme gemacht, Dokumentarfilme, und für sie sei es immer gewesen, also hat sie immer genommen vom Leben, genommen vom Leben, genommen vom Leben, und dann hat sie irgendwann gesagt, ja, irgendwann muss ich doch auch mal geben. Und sie hat dann in der Folge ein Projekt mit Frauen, mit diesen Frauen, mit denen sie arbeitete in dem Film, hat sie dann ein Projekt in Afghanistan mit denen zusammen entwickelt. Jetzt für den Film der Apfel, wollte ich auch fragen, welche Art von Verantwortung sie da getragen hat. Also auch, wir haben gesehen, sie hat eingegriffen, sie hat versucht, mit dem Vater, der sägen musste, seine Sichtweise auch, sein Verständnis zu verändern. Sie hat auch versucht, mit den Kindern, praktisch ihnen Möglichkeit zu geben, zu sozialen Kontakt. Und da hat sie schon eingegriffen in die Wirklichkeit, aber auch nach den Dreharbeiten hat sie ja weiterhin auch nochmal Kontakt mit ihnen gehabt. Und da hat sie auch versucht, seine Fragen an, die sich die Menschen abzuhren. Wenn ein Film ein Film kann, wenn ein Film ein Film verbautet werden, oder was in der Zeit erinnert, was er in der Zeit ein Film geworfen, dann muss das Film, die sich selbst in der Zeit erinnert, was erinnert, was eigentlich in der Zeit, was erinnert. Wir haben ein Film von dem Film, die man geworfen, das Auswirkungen aus der Zeit, die Menschen in der Zeit der Zeit verhindere, Ich habe die Möglichkeit, die wir in der Möglichkeit haben. Ich habe die Möglichkeit, die wir in der Schule machen können. Oder ich habe eine Analyse für ihre Arbeit. Oder ich habe die Kinder in der Schule einen Film gemacht. Ich habe die zwei Kinder in der Schule gemacht. Wenn man immer wiederhöhnt, dann wird man damit ein Blut geplant. Ich kann meine Kurzarbeit nicht überrasen, aber es gibt nichts. Ich möchte nicht überraschern, dass wir überraschern. Es gibt überraschern und überraschern oder überraschern. Wenn wir nicht überraschern, wird es etwas anderes. Ich habe noch einen Film gemacht. Ich habe noch einen Film gemacht. Ich habe noch eine Frage, soweit du weißt, arbeitet sie ja fast immer mit Laien und nicht mit professionellen Schauspielern und der Unterschied ist ja vielleicht, dass wenn man mit Schauspielern arbeitet, dann hat man eben eine professionelle Ebene, während wenn man mit Laien arbeitet. Das ist ja eine persönliche, eine persönliche Ebene. Meine Frage ist jetzt, können Sie sich vorstellen, ob Sie auch mit Schauspielern, mit professionellen Schauspielern zu arbeiten, oder ob Sie da gehen? Ja, ich habe einen Film für die Einzelnen, die ich in den Film und die Einzelnen. Ein Film, eine von ein Zeichen der Film oder eine von Interessen, ein Film von Körnern. Ein Film von Körnern und ein Film von Körnern. Aber die Überleitung war ja schon sehr gut auf den nächsten Film, da tauchen nämlich sehr viele auf dieser Fragestellung auf. Ich glaube es ist gut, wenn wir jetzt mal diesen Schnitt hier machen wollen. Wenn Sie ihn angucken, dann können wir nämlich diese Fragen, die jetzt im Raum stehen, auch nachher nochmal weiter bearbeiten. Ich bin sehr sehr beeindruckt von der physischen Präsenz, die Samira beim Regie stand. Ich bin sehr faszinierend, wie stark Sie Ihre eigene Seele, Ihr eigenes Besen so reinschmeißen in die Arbeit. Und ich bin sehr begeistert mit der ganzen falschen Präsentation des Malons. Große Verwaltung. Perfekt, Perfekt. Ach, siehender das. Also so ging es mir auch, dass dieses physische und körperliche sehr beeinflusst. Auch dass da so eine Schmerzgrenze auch überschritten wird. Wenn hier jetzt gerade nichts weiteres ist, wollte ich einfach mal meine Gefühle beobachten, aber auch mein Gefühl ausdrücken. Als ich sie gesehen habe, diesen Film, war das auch für mich ganz besonders. Und für mich war ganz interessant, dass sie zum einen Mal hat sie erklärt, in was für einem Setting. Es ist jetzt irgendeine Person, die sich in dieser Geschichte befindet, also in welcher Zusammenhang, dass sie gesagt hat, du musst jetzt mehr Pferd sein als ein Pferd. Weil sonst was du brauchst. Und es war so ein Ding, dass sie eben versucht, in diese Vorstellungswelt reinzubringen. Und das nächste Stück war, dass sie praktisch alles vorgemacht hat, was sie selbst ausgebildet hat, wie sie sich das vorstellt. Also auf den Film, auf den Film, auf den Film, auf den Film hat sie gerne, was eben auch durch Imitationen auch lernen kann. Aber für mich war das allerfassinierend, wenn sie praktisch so ein Spiegel hergestellt hat. Und das während die Videos gespielt haben, hat sie eigentlich das Gefühl ausgedrückt. Und ich dachte zuerst, sie produziert ein Gefühl und drückt es aus. Aber sie hat erzählt, das ist nicht eine einseitige Sache, sondern sie hat erzählt, das ist auch eine freiseitige Sache. Ich kann sie das noch mal nicht mehr erzählen. Aber ich sollte das in meinem Film zu erinneren, aber ich muss das nicht mehr wissen. Ich habe diese Freunde von den Film geschrieben, dass dieses Film im Film unter dem Firm eingestellt. Vielen Dank. I alle. Ich war's genauso.